Das ist noch gar nicht so lange her, da war solches Zeug verboten. Hey, der Bereich ist polizeilich abgeregelt. Ich bin im Dienst dreimal angeschossen worden. Ein kleiner Kratzer macht mir keine Angst. Oh, in dem Zustand sah alles anders aus. Geh nach ein paar Bier. Hab noch nie darüber nachgedacht. Ist der Scheiß giftig? Mach keinen Scheiß mit mir! Ist da auch ein Notizbuch dabei? Such dir Ärger? Ich glaube schon! Ich kann dir nur helfen, wenn du gestehst. Nur die Akzeptanz kann... Scheine! Die Barrikaden sind alles, was zwischen uns und ihnen steht. Scheiße! Diese Gegend ist verdammt. Boom! Ich glaube, das war ein Punkt für uns. Verdammt! Komplett leer! Komplett leer! Du versuchst mich mit dir runterzuziehen? Ja! Du versuchst mich mit dir runterzuziehen? Ja! Wow! Ich glaube, ich will nicht mal wissen, was in dem Ding drin ist. Diese Waffe ist ohne Munition so gut wie nichts wert! Eine geladene Schrotflinte ist hilfreich bei jeder Verhandlung. Du musst gestehen! Was? Gibt's euch Freaks jetzt auch noch in XXL? Ja! Ja! Nimm deine dreckigen Grauen weg, Freak! Wer will was über das Gesetz wissen? Das ist deine letzte Chance, dich still zu ergeben! Du bist fertig, Kumpel! Fertig! Ich lass mich von keinem deiner Köpfe anknabbern! Hör auf zu schreien! Ist ja nicht so, als wär das dein einziges... ... ... ...